jo meine freunde was geht ab euch x7 am start am boom beach flow level montag endlich ist weihnachten vorbei es ist traurig dass ich sage endlich aber holy shit es war es war mega mega stressig ich habe kaum schlaf bekommen von da nach da nach da nach da essen 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 wenn ich sage ich muss meine videos hochladen und ja das ist also wenn ihr das mitbekommen habt beziehungsweise wenn ihr saunas war guckt dieses weihnachtsspecial da habe ich drei drei parts aufgenommen beim letzten also beim aufnehmen von dem letzten part sah es schon so aus dass ich eigentlich schon vor einer halben stunde weg musste und das war mega stressig und dann das hochladen beziehungsweise das rendern das rendern hat immer so zwischen vier und sechs stunden gedauert von diesen drei videos und ja ich konnte immer nur eins rendern und dann also eins konnte ich über die nacht rendern und dann konnte ich das hochladen am nächsten tag und dann musste ich wegfahren und das nächste schon anschmeißen als ich dann wieder kam konnte ich dann das zweite hochladen und das dritte wieder rendern lassen und ich glaube das dritte kam um 23 uhr 50 also es tut mir leid für die leute die da lange warten also lange darauf warten mussten aber es ging leider nicht anders so wir sind jetzt aber nicht in saunas war sondern in boom beach aber ich weiß nicht manchmal ich erzähle einfach was mir gerade in den kopf kommt und ja egal wir haben ja gesagt das ist die letzte letzte folge von diesem let's play von diesem low level let's play und mir war klar dass das viele davon nicht so begeistert sind aber trotzdem danke ich euch für diese naja die kommentar sektion war trotzdem ist trotzdem nett geblieben und viele waren eher beziehungsweise ist die selten die wenigsten waren sauer die die das nicht gut finden die waren eher traurig so wobei ich traurig auch nicht gut finde aber egal also viele haben mir trotzdem ihr verständnis gezeigt was ich sehr toll finde also dass das freut mich dass ihr mich auch versteht dass ich hier so gut wie alles gemacht habe beziehungsweise ich keine zeit für low level account habe und und das für mich weniger freude also die dass die videos auf dem low level account weniger freude machen als irgendeine andere serie und so und alex hat mir auch gesagt er hat ja auch mit mir dann noch ein zweiter account man hat auch gesagt ja sein high level account ist jetzt so fast max und low level account hat man gar keine lust mehr so richtig drauf und ja einfach danke und es tut mir leid für die leute die jetzt traurig sind das ist jetzt wirklich die allerletzte folge low level boom beach die anderen zwei serien kommen aber weiter und da habe ich mir was neues überlegt also ja gut das sagen wenn ich jetzt das mache ich dann auf jeden fall kommen an kommt an einem tag immer weiter in die challenges und an dem anderen tag machen wir was anderes ich will mir eine kleine ich sag's nicht ich sag's nicht ich sag's nicht okay das sehen wir dann nächstes jahr heute sprechen wir auch nicht über dieses merkwürdige blubber teil da gibt es ja sehr 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 viele spekulation ich würde sagen das machen wir einfach mittwoch mittwoch ist sowieso mega stressiger tag mittwoch ist ein tag vor dem 31 und am 31 lade ich das ich weiß wir reden wieder was saunas war der rede ich lade ich das saunas war silvester special hoch und natürlich muss ich dann einen tag vorher alles aufnehmen und das werden dann wieder sehr viele leute sein und sehr viel zeit beanspruchen aber wir haben ja noch 19 tage zeit bis das geheimnis hier gelüftet wird ich bin sehr sehr gespannt und ich hoffe dass dieses neue update was dann im januar kommt vielleicht unseren hauptaccount mega beeinflussen wird das wäre wirklich nach vielleicht noch irgendwas cooles bringen können oder weiß ich ja nicht ist es naja ich weiß nicht auf jeden fall wenn ihr das noch nicht gesehen habt schaut diese videos an die sind die sind sehr 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 lustig ich kann sie leider nicht hochladen ich habe keine erlaubnis von boom beach aber die gibt es auf englischen kanälen auf supercell selbst und so also schaut da mal einfach vorbei die sind sehr lustig und dr terror es ist es ja nicht mehr dr terror ich habe es ja letztens schon gesagt es ist jetzt nur noch dr t ich habe gar die wollten das nur abkürzen aber weswegen auch immer hat er wirklich seinen kompletten namen geändert wahrscheinlich weil terror naja ein sehr sehr negativer begriff ist deswegen heißt er ab jetzt dr t heute geht es aber nicht darum heute werden wir unsere diamanten ausgeben wir haben 12.000 und ich habe im letzten video gesagt wir haben nicht 12.000 wir haben knapp 12.000 und jetzt haben wir sogar 12.000 bekommen und ich habe euch ja gefragt was wir aufwerten sollen so nummer eins war hq und die meisten wollten unbedingt hq manche haben sogar geschrieben nach hq 19 und dann hq 20 ich weiß da nicht also hq war war den meisten am wichtigsten und danach kam ein boot ein boot können wir denn abfackler tragen das muss ich ich muss mal kurz gucken abfackler sind ab 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 größe der einheit 21 wie viele können wir hier tragen 20 okay deswegen 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 online 17 wir haben ein boot auf 17 ha dann könnten ja abfackler drauf okay boot haben wir dann haben wir wir haben ja eins auf 17 das wusste der der zuschauer wahrscheinlich gar nicht also er hat gesagt werte ein boot auf 17 auf damit du da vielleicht mal abfackler drauf laden kannst wir haben eins auf 17 das heißt ich weiß gar nicht wie teuer das ist wir wir können das machen und mir wäre das vielleicht wichtig und das also ich lege den account still viele haben auch gesagt bitte löscht den account nicht nein keine sorge also den account lösche ich auf keinen fall ich gehe noch nicht mehr rein bzw ich werde das einsatzkommando wahrscheinlich verlassen müssen weil ich ja nicht mehr spiele und dann dann klaue ich den leuten ja irgendwie dann klaue ich den leuten ja irgendwie naja den platz deswegen hier ist also für aktive leute hier könnt ihr gerne reinkommen nur ich bin wahrscheinlich nicht ich muss noch gucken ich frage da mal wie ich das genau regeln soll ich bin ja selbst hier nur mitglied also ich bin vize anführer aber ich meine das gehört mir jetzt nicht selbst aber egal dass das hat ja nichts mit euch zu tun so ähm was wollte ich denn sagen also der account wird nicht gelöscht und ich werde den account auch nicht verlosen ich hätte es wahrscheinlich gemacht aber der ist an meinen gamecenter account geknüpft und das kann man nicht so einfach rausgeben weil an meinem gamecenter account noch mehrere andere sachen mit verbunden sind und bla 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 und vielleicht haben wir irgendwann lust noch mal hier weiter zu spielen wer weiß was bei diesem dr terror update dr t ab man muss sich echt umgewöhnen was bei diesem dr t update wirklich kommt vielleicht habe ich dann ja wieder lust drauf aber genug gequatscht ich würde sagen ist dr t da wir machen als allererstes dr t und dann geben wir unsere gems aus für unser hq wir wollen das natürlich wir wollen das ja nicht komplett uns kaufen also wir machen das aber wir wollen vorher noch irgendein paar kämpfe einbauen damit wir auch uns das ein bisschen verdienen sonst lohnt sich das nicht also wir machen nur hq 19 und 20 wenn wir dr t phase 1 bis 4 schaffen ohne ein verlust nein das geht nicht aber phase 1 bis 4 das ist mein ziel und damit bin ich dann zufrieden so 1 bis 3 sowieso immer so easy und 4 ist auch eigentlich mega easy ich weiß auch nicht warum ich bei meinem low level account immer bei 4 hängen bleibt also ich habe immer 4 aber 5 ohne boost schaue ich bei diesem account nicht bei meinem high level account mache ich ein stage 1 bis 4 einfach mit mini robotern aber egal bisher sieht es ja gut das ist immer easy aber ich bin gespannt wie stage 4 aussieht wir können ja stage 5 vielleicht auch mal versuchen ich bin sehr gespannt also kommt immer darauf an ob da zu viele flammenwerfer maschinengewehre und schockwerfer an verschiedenen ecken stehen problem ist eigentlich noch nicht mal der damage problem ist nur dass ich nicht genug schocks habe mit der energie die ich hier zur verfügung habe mit boost wird das ganze glaube ich direkt anders aussehen aber wir lassen uns erst einmal überraschen und unsere krieger müssen jetzt gut sein damit sie uns das hq verdienen so los geht's los geht's achso übrigens einer hat noch vorgeschlagen ich soll noch ein video machen in dem ich alle meine tipps die ich über die jahre über die jahre so lange mache ich das nicht die ich in diesem low level let's play gesagt habe noch mal in einem video zusammenfassen so ein low level tipps video und das mache ich sehr gerne ich denke das machen wir dann einfach samstag und samstag ist dann schon im neuen jahr das ist so blöd wieso endet das neue jahr nicht einfach sonntag beziehungsweise wieso fängt das neue jahr nicht einfach sonntag an dann wäre das mit den videos einfacher weil ich meinen serienplan umstelle wie genau es aussieht weiß ich selbst noch nicht das muss ich jetzt in den nächsten in den wenigen nächsten tagen mir noch selbst überlegen so hier werden wir hoffentlich nur einen verlieren ich schock mal das hier und hoffe dass das hier uns nicht trifft ach shit boom kann oder nein okay wir haben 1 2 2 glaube ich verloren 2 2 wenn ich richtig gezählt habe ein von dem von der boom kanone ein von dem schützenturm plus kanone plus irgendwie alles zusammen zwei stück okay ist in ordnung jetzt kommt aber schon stage 4 jetzt entscheidet es sich ob wir das schaffen das hq so ok sieht easy aus sieht sehr easy aus beziehungsweise na wir brauchen auf jeden fall schon mal zwei schocks und den will ich auch schocken das heißt wir brauchen drei schocks was nicht die welt ist aber was für ganz niedrige mit wenig energie sieht schlecht aus und ich habe seit bei meinem high level account habe ich das euch letztens schon gesagt seit bestimmt einem halben jahr keine gute statuen mehr bekommen aber hier auch nicht und hier habe ich sagen wir mal normale statuen nicht so die welt aber ich habe keine bessere mehr bekommen holy shit die minen ich habe einfach keine bessere mehr bekommen und ich habe das medkit zu weit nach links zu weit nach rechts gesetzt fuck so machen wir kurz los sonst sterben die da direkt seht ihr der die shopwerfer treffen uns jetzt schon und das meinte ich mit gefährlich aber war jetzt easy also ja ihr versteht was ich meine so wir gucken uns trotzdem noch stage 5 an oder phase wie hieß denn vorher auch nicht phase oder das hieß nie phase glaube ich weiß nicht einfach ich habe immer stage gesagt aber ich glaube das war abschnitt ja das war doktor terror abschnitt 1 und jetzt ist es doktor t phase oh oh okay nice nice ich sehe hiermit absolut kein problem ernsthaft selbst mit diesen 14 15 16 verlorenen truppen vielleicht haben sich in der zwischenzeit wieder welche aufgebaut aber ernsthaft wir schaffen sogar phase 5 okay ich sollte den mund nicht zu voll nehmen wir versuchen es mal es ist auf jeden fall definitiv möglich so wir gehen nach da oben so bam und jetzt müssen meine krieger einfach nur stark genug sein oder sie müssen sich ein bisschen anstrengen sagen wir es mal so so wir schocken hier und dann schocken wir hier so und dann hoffe ich dass die zu dem Maschinengewehr rüber laufen lauf darüber und dann sollen die jetzt nach hier oben so und ich mache hier mal ein mad kit hin so und dann können die sich schön vorarbeiten äh ich hoffe dass das gut klappt ich denke ja ich warte noch mit dem schock bis die drei krieger da an der kanone tot sind oder ich mache das anders ich mache mal so bam und bam so und jetzt äh können wir hier nur noch das schocken und dann können wir einfach das mit dem mad kit warten bis äh manche gleich ein bisschen low sind aber die heilen sich ja selbst von daher wir haben wir haben sehr 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 wenige weil wir auch am anfang direkt welche verloren haben aber ich denke das dürfte kein problem sein so jetzt mache ich mal ein mad kit drauf war ein tick zu spät oder zu früh egal wir haben zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf stück jetzt glaube ich nur noch zehn aber das schaffen wir nice sogar phase fünf okay ihr habt euch das hq deutlich verdient meine Freunde auch wenn ihr jetzt für die nächsten tage ein bisschen schlafen geht ihr habt es geschafft ihr habt es geschafft wir gucken da mal was was wir so alles neu bekommen ich weiß es gerade gar nicht ich glaube hq 19 lohnt sich am wenigsten und hq 20 dann wieder mehr so wir haben 19 verloren aber immerhin immerhin so gucken wir uns mal an wie phase 6 aussieht ich mag diese corner bases bei dr terror sehr gerne die sind mega easy äh ich glaube ja das problem ist hierbei jetzt also das würden wir auch schaffen hier sind keine gefährlichen gebäude es wären einfach zwei schocks hier ist das problem da zu viele hit points zu viele treffer punkte das schaffe ich mit dem account leider nicht auch mit vollen truppen aber immerhin also krieger ihr habt es gut gemacht ich bin zufrieden wir haben gutes loot gesammelt wirklich gutes loot holy shit wir gucken mal kurz hier rein hier ist alles max bis auf die tanks hier habe ich hier habe ich fleißig gearbeitet an dem rest ja meine verteidigungsgebäude sind auch eigentlich ziemlich hoch eines sogar auf level 9 aber egal wir machen das jetzt wie teuer ist das es ist sogar nur es kostet nur 1400 also wir haben ja naja wir haben ein bisschen was an ressourcen die wir benutzen aber wir machen das jetzt damn oh shit mir fällt grad auf die zeit müssen wir dann auch kaufen okay wofür haben wir die diamanten go hq 19 mini roboter ja stimmt entsende diese roboter truppen als ablenkung um feindliche gebäude zu zerstören ja nice was haben wir noch bekommen wir gucken mal kurz im shop wir haben bekommen einen raketenwerfer eine kanone wusste ich gar nicht ich habe gedacht wir bekommen einen mörser und ein eisenlager oder war das hq 18 ich glaube das war hq 18 hq 18 hat sich am wenigsten gelohnt so hq 20 holy shit das ist teuer das ist sehr teuer ja wir gucken mal ich will mal kurz was testen ja das würde jetzt kosten 5.480 wie sieht es aus wenn wir sowas kaputt machen 5.480 schaffen wir das überhaupt ja natürlich 5.480 das schaffen wir so und 5.480 bam mini roboter wir haben mini roboter yay darüber freue ich mich 5.480 wir gucken mal wie günstig das jetzt wird also es ist nicht wirklich günstig aber egal 5.480 also 100 weniger wow 102 weniger wegen dem kleinen Loot also wenn ihr wirklich Diamanten ausgebt was ich ja eigentlich nie machen würde das ist ja jetzt nur eine Ausnahme und als Abschied für euch äh würde ich euch empfehlen eure Map vorher soweit es geht aufzuräumen aber das ist jetzt egal das ist jetzt egal wir machen jetzt hq 20 noch so hq 20 ich hoffe wir schaffen das ja holy shit meine ganzen Diamanten sind weg meine ganzen Diamanten sind weg die ich über diese die ich monatelang gespart habe und jetzt können wir hq 21 erst ab stufe 59 das sehe ich ja auch zum ersten Mal ok nice wir können noch nicht mal eine einfache Mine kaufen oh wow noch nicht okay ok wisst ihr was Baum und und Boot einfach nur das Boot ich wollte nur das Boot bauen jetzt setzen wir Krieger drauf nice 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 ok mein Kanonboot ist 18 das ist eigentlich die Sachen sind alle vernünftig aufgewertet können wir hier ah schade schade wie teuer ist das holy shit sollen wir noch sollen wir noch was aufwerten 4400 4400 das ist zu teuer ok machen wir noch zum Abschluss das Arsenal machen wir das Arsenal noch so und wir haben genug yay dann können wir wow ok was werte ich immer als allererstes auf als allererstes werte ich immer meine allerliebste Truppenkombi auf also hier zum Beispiel Krieger äh im nächsten Schritt werte ich äh Madkit plus Schockbomben auf wobei Schockbomben sind wichtiger als Madkit und danach Bombardement Artillerie und zum Schluss dann na die Hilfsmittel Flair oder Leuchtrakete und Rauch und dann zum Schluss die Mienen also zur Verteidigung und dann die eigene Truppe aber wir machen jetzt Krieger so wow das war äh ein teures Video 36 Gems Diamanten was auch immer so ok äh HQ20 nice immerhin 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 ja hier habe ich so viele Teile sogar gesammelt wow da bauen wir auch bald welche auf meinem High Level Account ich weiß ich sage das schon seit Jahren aber wir bauen welche und dann bauen wir auch um so ich hoffe euch hat dieser kleine Abschluss gefallen wir wollten ja einfach zum Spaß nochmal die Diamanten ausgeben bisschen was aufwerten und ich würde sagen also wenn wir jetzt also jetzt mit diesen Sachen hier HQ20 Arsenal auf Level 19 mit Kriegern ähm na Arsenal Level 18 mit Kriegern dann auf Level 16 äh sind wir auf einem guten Weg zu einem vernünftigen guten Account den ich weiterhin spielen kann wenn ich irgendwann wieder Lust darauf bekomme und wenn ich die Serie dann irgendwann wieder fortsetze also ich sage jetzt das ist kein Ende von diesem Boom Beach Low Level Account es ist eine Pause sagen wir es mal so und wir gucken mal was dieses neue Update bringt äh und ob ich irgendwann Zeit und Lust wieder auf diesen Account habe aber Boom Beach wird natürlich nie abgesetzt wir haben einen High Level Account und da ich kann euch schon ein bisschen ich spoiler jetzt schon mal ich habe jetzt alle Truppen im Arsenal Level 21 Max alle das heißt es erwartet uns es erwarten uns neue Challenges gegen Dr. T mit All Max Troops mit Full Boost ich weiß die Serie habe ich schon lange nicht mehr gebracht die macht sehr viel Spaß damals hatten wir ich glaube wir hatten Abfuckler und Heavies komplett gegen äh Dr. Tower aber die haben jetzt alle eine neue Stufe das heißt wir können jegliche Truppenkombie noch dagegen benutzen gegen Dr. T äh da bin ich sehr gespannt drauf also ich hoffe euch hat es gefallen äh das war jetzt leider der Abschluss von dieser kleinen Serie wenn es euch gefallen hat gebt mir gerne einen Daumen nach oben seid nicht traurig wir sehen uns in anderen Boom Beach Videos wieder und äh dieser Account wird nicht gelöscht der wird nur sagen wir es mal so eingefroren ja eingefroren beziehungsweise stillgelegt so ich hoffe euch geht es gut wir sehen uns im nächsten Video wieder haut rein Freunde bis zum nächsten Mal Ciao